Erdogan macht Wahlkampf für einen EU-Austritt der Türkei. Bevor die Türkei also irgendwann mal der EU beitritt, ist sie längst ausgetreten. Das ist ein Logikmanöver von Erdogan, mit dem er dem Bürokratiemonster Brüssel zuvor kommen möchte. Eigentlich besucht er aber seinen Bruder in Köln. Ein sehr bekannter Tennisspieler, bekannt für seine knallharte Beinarbeit an der Grundlinie. Thailand ist kein Land, Thailand ist ein Gefühl, ein State of Mind. Und mit Gefühlen ist es nicht immer einfach. Besonders als Mann in einer Uniform. Musik 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 Vielen Dank.